Hallo Leute, ähm, was ich jetzt sagen möchte, es kommt, äh, das ist jetzt nur eine ganz kleine Info, und zwar wird das Video, was ich eigentlich gesagt habe, wird heute, nicht, oh, jetzt, nicht quasi um vier kommen, sondern um halb, also, dass ihr es wisst. Es wird vielleicht länger laden, aber, Ladeende wird sicherlich, sicherlich, ähm, am, sicher um vier fertig sein, weil das erste Video ist gerade noch nicht wirklich fertig, wann ist der heißeste Body, what the fuck, ähm, ja. Wie, wie jetzt erfahren wird, naja, manche Probleme gibt's schon, aber, es gibt, ja, das will ich jetzt nicht genau so sagen, aber, überlegt habe ich, heute wird's das einzige Spiel sein, Minecraft wird's nicht das einzige Spiel sein, weil ich darf jetzt gerade keinen Livestream mehr machen, bis morgen. Ich darf jetzt leider nicht, weil sonst gibt's Ärger von mir, und, äh, ja. Ja, gut, naja, ähm, okay, sag ich euch dann, bis nachher, bis gleich quasi.